Ich glaube, der Donnerstag, und dabei ist ja jeder, die Krawatten, die gehört ab heute und darum sind wir heute das Rad rausgekommen. Ich habe mir vorsichtig, ich habe schon mal eine anfertigen lassen, aber alle anderen hier jetzt kommen. Also das ist eine ganz wertvolle Geschichte. Darf ich? Darf ich? Ich muss ganz zern. Echt? Oh, im Treppenhaus erwischt. Kann ich nochmal hinschauen? Ja, ja, genau. Das doch. Okay, danke. Das ist der ganze Tag, wo ist das, der Schall, oder eigentlich? Wollen Sie es mal ausschauen? Den deutschen Landnissen. Sie dürfen mal unsere Damen verpflichten. Das ist ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, ja? Damen, kann steuern. Alles blaue, alles dran. Der hat ein Glanz im Gesicht. Herr Kommtgemeister, ich muss leider feststellen, Sie haben Ihren Orden heute nicht an. Und gleichermaßen der Herr Schmidt von der Augsburger Allgemeine. Auch eine wunderbare, ordnebare Runde für unsere Truppe. Sehr schön. Genau. Und jetzt haben wir noch einen, der hat keinen in Ordnung, natürlich. Aber wir haben natürlich auch an den Drittenbürgermeister der Stadt Kömpfsbrunn gemacht. Über 30 Jahre hat man einen gekriegt. Ja, ja. Immer nach 30 Jahren wird es Zeit, dass man einen in Ordnung bekommt. Und ich habe natürlich einen in Ordnung bekommen. Oh, das war ein bisschen wichtiger als da. Und jetzt streckst du die Hände. Und ...